Hallo Leute! Wir sind bei ARK und wir wollen ein bisschen Heid für unseren Oreo-Sättel, sag ich mal, farmen. Wir brauchen nämlich noch 36, 34, 34, 44 Heid brauchen wir noch. Und ja, das heißt, 4 Schildkröten etwa. Weil die geben ja immer so ein bisschen mehr als 10. Maidboost, scheiße. Müssen die auseinander holen. Ne, Level 8, das ist auch zu krass dann schon. Da müssen wir nämlich schon mithelfen und... Bei den dreien da mithelfen ist ein bisschen schwer, weil man da leicht in den anderen rein sticht. Wo ist die Schildkröte, die ich in letzter Folge eigentlich wollte? Warte, schnell rauszoomen wir noch. Wo ist die Schildkröte? Ich habe in letzter Folge eine Level 9 der Schildkröte, die hier oben war. Aber... Catchen wollen... Äh, catchen nicht. Aber ich wollte sie halt... ...kriegen. Da hinten ist ein Dilo. Okay, dann nehmen wir den Dilo auseinander. Dilochen, komm her. Naja... Äh, ne, ihr bleibt hier. Ihr bleibt hier. Angreifen! Alter! Oh nein! Alter... Du hast ihn umgebracht, ne? Alter, kriegst Fleisch von mir dafür. Ich habe mir... Genau in der ersten Sekunde habe ich mir gedacht, tame ich ihn? Nein. Das ist... Das ist jetzt zu umständlich, um den... Mit den Umständen. Weil wir sind auf einem Berg, ich kann nicht wirklich fliehen. Und ich habe noch... Ich habe gar nicht auf das Level geguckt, aber... Er war ein Level 4er, deswegen... Woher? Oh, ist hinter uns, okay. Äh, ja. Pff, deswegen... Können wir ihn nicht wirklich tamen. Obwohl es eigentlich ziemlich geil wäre, dann könnten wir so mit zwei Raptoren einfach... Durchrushen. Und wir hätten auch wirklich genug Fleisch gehabt, also an dem wir jetzt nicht gescheitert auch... So kurz noch mal... Umgucken. In den Wald auch hinein. Ist irgendein Viech drinnen. Ist irgendein Tier drinnen. So. Nichts, wo ist der Dilo übrigens? Hä? Was? Was? Die Schildkröte da hinten links hat gerade total herumgewirkt vorher. Wie ich aufgehört habe. Da hinten. Oder waren das nur Bäume? Ich habe mich verguckt. Ich glaube, das waren nur Blätter von Bäumen. Die halt da drinnen sich bewegt haben. Oder Büsche. Ja. Mann. Ich habe endlich... Ich habe gedacht, ja, wann kommt der nächste Raptor? Weil ich will den auch ziehen. Dann kommt da einer. Aber so überraschend. Hätten wir ihn vorher schon gesehen, dann hätte ich mir so ausgemacht. Ja, okay. Ja, locken ihn in den Wald raus. Und tun dann unsere Dinos einfach auf... Stehen lassen. Machen. Suchen uns hier einen Felsen aus, wo er nicht hier hoch kommt. Setzen ihn dann mit unseren 50 Steinen, was ich gerade sehe, ab. Aber... Ist wohl nicht so gewahren. So den angreifen. Alter. Fällst der Trike einfach den Tod in die Luft. So was ist das für eine Schildkröte. Ich glaube, das war sogar die Schildkröte. Aber die Feuermaid boostet. Deswegen... Ich habe auch Angst etwas. Greift an zusammen. Alter. Ist aber ziemlich gut, wenn mehrere einen angreifen. Weil dann... ...tut sich der Schaden verteilen. Auf die... ...ganzen. Oh, ja, okay. Let's. Repto. Also. Repto was. Ja. Karabonise. Vier. Puh. Unsere Sachen sind gleich schön. Garabonise. Da hat man unseren Dilo weggetan. We. Was? Alter. Was macht denn der? Oh! Ah! Greift ihn an! Greift ihn an! Alter, greift ihn total überraschend an. Ach, wieder. Naja, zumindest haben wir ihn gehört. Der Raptor macht ja kein Geräusch. Äh, ja. Health. Ich hab gesagt 600. Wir sind jetzt gleich bei 600. Gut. Dann rack mal schön weiter. Oh, Mann, Alter. Ich will den Trike einfach nicht verlieren, weil der einfach so wertvoll ist. Ich glaube, ich werde sogar sehr... Also, ich werde mal auf 600. Also, jetzt noch einmal oder zweimal. Äh, einmal oder... Äh... Äh! Einmal auf Health oder schon das nächste Mal auf Melee Damage. Und dann die ganze Zeit einmal Melee Damage, einmal Health, einmal Melee Damage, einmal Health. Dann vielleicht mal Movement Speed auch, dass er so schnell ist wie die Oreo, dass ich ihn mitnehmen kann, den Trike. Äh, zum... Zum... Farmen. Also, Farmen. Ja, zum Farmen und einfach so, dass er schnell agieren kann. Da liegen da immer so Steinbrocken einfach herum. Achso, das ist eine Textur, okay. Das müssen wir neu. Hm. Wie weit sind wir denn schon oben? Oh, wir sind schon bei der Hälfte. Darüber sogar ein bisschen. Dieser Stein kommt auch nicht wirklich unbedingt näher. Der ist schon ein Dilo, der uns erwartet. Da, den angreifen. Alter, der ist weiß. Geil. Aber nee, kein Bock. Was? Sehen los. Bam! Grafseize. Schauen wir mal kurz unter Wasser, was hier losgeht. Wenn der Trike im Wasser ist, das hört sich so krass an. Ja, genau, er atmet unter Wasser. Auch noch, ganz klug. Ganz kurzes Face rechts von Max gesehen. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Wir haben 84. 6 auf 90. 26 brauchen wir noch. 2 Schildkröten, würde ich sagen. War das da hinten ein Parasauros oder ein fliegendes Teil? Ist hier in der Höhle? Weil der Stein sieht so komisch aus. Ich glaube, das war so ein fliegendes Teil. Hä? Was ist das? Was ist das? Okay. Fehlerhafte Textur. Fehlerhafte Textur. Krass. Das sieht total verrückt. Eigentlich gar nicht. Vorher, du bekommst wieder ein bisschen Fleisch. Na ja, ich müsste mal auf Max sehen, ob der wieder leveln kann. Nämlich auch schon seit Längerem nicht. Das sieht total verrückt aus. Aber man sieht ja richtig, dass das einfach so eine fehlerhafte Textur ist. Ja, achso, Hunger habe ich. Ich habe kein Essen. What the fuck? Okay. Musste ich leider von dir kurz mal mitessen, bis wir bei irgendeiner sicheren Stelle sind. Du magst... Du magst... Ja, okay. Ähm, Azulberries hast du eigentlich die meisten. Deswegen esse ich mal... Die ganzen Azulberries. Dass ich es schneller essen kann. Gut. Willkomm ich mal ein Nahrungsauf... ... oder was auch immer. Warte kurz. Äh, ja. Max. Ah, bald. Oreo. A strike. Ja, er hat ja gerade einen. Und Oreo kann... Ja, in 10 Jahren. Ne. Äh. Komm. Unter Wasser. Ich will unter Wasser gehen, dass ich sehe hier was... Chichisaurus, okay. Und... Das ist das andere. Auch noch nicht. Das ist so aus. Okay, geil. Zwar ich ist's. Geil. Überleg mal gerade, ob ich ein Team... Team. Dann wird sich ja wieder so ein Megadelon ankommen und den umbringen. Ich bin eigentlich ziemlich sicher. Die Teile sind verbuggt. Die Teile sind unter Wasser Tiere und sie kommen nämlich am... Ja, sie sind unter Wasser Tiere, kommen aber auch an Land und zählen eigentlich als Unterwasser Tiere und deswegen greifen die nicht an. Ich weiß einfach unter Wasser Tiere sind. Oh, wir sind... Geil! 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 Ailomatico! Und würde ich ihn nicht angreifen Wenn er nicht Ein Maid boostet ist Weil der ist Female Level 1 Der ist Female Level 19 Wenn der uns angreift ist es ein Problem Dann ist es wirklich ein Problem Und jetzt kommen sie noch zusammen Dein Ernst Ist jetzt so richtig gut Anzugreifen Und da hinten sind zwei Parasauruse Glaube ich Dann Funktioniert das Level 12 Da hinten ist nichts gefährliches Außer noch eine Schildkröte Male Male Level 8 Okay Greifen wir zuerst Male an da Alter Alter Einfach Max kommt gar nicht ran Weil er einfach Er nicht Unter den Trike hindurch kann Was Wieso greift er jetzt auch an Wieso greift er jetzt auch an Nein Aufhören Mitkommen 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 Wir müssen mal kurz raggen Er ist schon ziemlich down Verdammt 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 Gut Gut Alter Alter Das ist nochmal ausgeschalten Mann Oder hat es ziemlich gut durchgestanden Der Trike hat es auch Hälfte Und Max ist eigentlich ziemlich gut War eigentlich ziemlich gut Craftables Die Axt Flint Haben wir nicht Okay Hat der Trike vielleicht Flint Er dann auch nicht Max Du bekommst mal ein bisschen Fleisch Weil du hast ziemlich wenig Nicht Alter Flint Komm schon Zweimal Flint Okay gut Alter Greift einfach das zweite auch an Echt So Heilt Gut Wie viel haben wir jetzt 101 Wir brauchen 110 Alter Noch 9 9 Leder Alter Weiß nicht ob Was sind das für fliegende Teile immer Ja der kann Lang warten Der kann bald leveln Und der kann zur Hälfte leveln Okay Wie sieht's mit dem Oh level 33 Ne kein Bock Gut Max Wie sieht's aus Weil ich hab Äh jetzt einen Plan Wir gehen Jetzt Zu irgendeinem Platz Zu einem sicheren Platz Machen dort ein Home Leveln dort auch Also holen uns dann dort Die Tranquil Pfeile Also diese Tranquil Pfeile Die Pfeile mit den Narkotiks Dass wir Äh Einen Flugsaurier abschießen können Dann schießen wir ihn ab Ja auch logisch Und dann haben wir einen Flugsaurier Tamen ihn Ja Und dann fliegen wir zurück Und so fliegen wir ein paar mal zurück Und holen unsere Sachen Und das Haus lassen wir stehen Falls wir mal Irgendwann total zurückfallen Weil einfach 10 T-Rexe auf einmal ankommen Ist das eigentlich 10 T-Rexe? Okay wir haben eine Difficulty extrem hoch Dersuch Und so Dersuch Dersuch Dersuch